Boah, Alter, jetzt hab ich schon wieder neu, ey, das gibt's doch nicht. Was hast du neu? Wo ist das ganze Weizen hin, wo du gefarmt hast? Das hab ich für Brot hergenommen. Na, dann gib mir mal kurz noch mein Paar. Du hast doch 21. Hä? Ja, ich hab noch was länger als vor, was denkst du? Okay, jetzt erstmal, was ist voll langweilig zu machen, ey, da. Zwar nicht so schlimm wie Terraforming, aber auch übel schlimm. Strip, ey. So, was haben wir so körperlich auch noch so gesehen? Nicht vor unserem Haus. Ne, nur neben dem Haus. Der Mondkreis von 20 Blöcken soll kein Creeper hochgehen. Ich hab, ich hab eh schon das Loch vor unserem Haus gestopft. Tja, ey, was? Was ist du auch? Ich muss immer noch mal noch mal Eisenrösti machen. Ja, wir machen ja noch Eisen. Die mach ich jetzt noch mal hier. Nein, nein, nein. Wo ist denn die Scheißspinne, ey? Nein, die fahre die bei mir. Die Spinne ist bei mir. Achso. Ich denke, wir jetzt gerade wissen. Was ist die Schlampe, ey? Das ist ja noch eine Menge Schlampe. Feine. Nicht draußen im Haus. Ich freu mich, er ist ja schon wieder ein Creeper hochgegangen. Schaut's aus. Das war still, das war still, das war still aber du. Wie denn? Ich war gar nicht draußen. Wir waren sie dann, wenn wir mich schon wieder anziehen. Das ist nicht so schlimm. Ich muss mich mal auf Bedrockhöhre runtergraben. Dann kann ich nicht, dann kann ich nicht sagen, ich hab nicht mal Blöcke im Inventar. Dann kann ich nicht sagen, welche, dann kann ich nicht die Höhe ganz genau bestimmen. Hast du wascht, was warst du denn im Inventar? Weißt schon, ich hab schon was. Der Raum, da war ich übrigens nicht. Ich glaub, da machen wir so einen kleinen Keller oder was? Ja, komm. So mit so Truhen und alles. Ja, genau. Fang du schon mal an. Ja. Ja, ich tue trotzdem. Das tut man einfach. Oder ich weiß nicht, wäre es nicht sinnvoller, das Haus zu bauen und dann einen Keller zu machen. Ja, aber hier können wir doch auch schon mal so einen kleinen Keller machen. Ja, einen kleinen, aber mir ist es ja egal, weil ich mein, du baust es ja. Ja. Na, ich denk mir schon, dass du mal ein bisschen beim Hausbau betäuscht. Ja, schon, aber ich geh erstmal meine... Seine... Seine... Jetzt, meine... Boah, leck mich doch am Arsch, oder? Diese scheißverkackten Mellungen und B geht's weg, dann muss ich immer gleich mein Werkzeug wegschmeißen. Ey, Wahnsinn, das ist so echt überall Gravel. Ich wollte gerade sagen, Red Rock, aber ist immer Dreck. Erf mal schnabulieren. Da mach ich hier alle möglichen Sachen rein in die Truhe. Ey, ein Zuschauer... Ah, da ist Petro. Ein Zuschauer hat doch eigentlich geschrieben, ey, da ist da was... Ja, ich weiß, dass Petro ganz auf Spurüber ist. Ich brauch's mit die Zähne. Wer hat das gesagt? Einen Zuschauer hat doch, ey, gesagt, lass den Creeper lieber da draußen. Lass ihn einfach. Ja, das weiß ja. Ich sag ja. Ich glaub, ich geh durch den, ähm... Hinterausgang. Hinterausgang. Ey, da würde ich übrigens die Türen setzen, weil der kann einfach mal irgendwas... Ich lock'n die jetzt schnell weg. HAAA! Äh, eben ein Zuschauer hat geschrieben, dass, äh, Ding... Ich sag nichts dazu. Sag. Ich. Nichts. Warum, was sag' ich denn jetzt? War so, weil der Creeper explodiert das nicht. Der hat doch gar nichts gemacht. Ja, sag weiter, was hat der Zuschauer gesagt? Äh, dass da irgendwas zum besser aufnehmen ist. Also, wir wissen bloß nicht was. Also, falls du eine HDPVR meinst, die... ...holt sich... ...mein... ...kumpel, der hier grad neben mir sitzt und mit aufnimmt... ...holt sich die, hat er gesagt, zwei nach mir. Ja, dann schauen wir mal. Wenn er's nicht bekommt. Und falls du nicht die HDPVR meinst, dann schreib's mal in die Kommentare. Ja, genau. Das wär mal ganz informativ, weil es wär nicht schlecht eigentlich, muss ich sagen. Ja, weil, äh... Vielleicht gibt's ja so ein komisches Aufnahmeprogramm auf dem Handy, weil man weiß ja nie was. Ja. Oh, und er hat gefragt, ob wir mit der Kamera aufnehmen. Ne, wir müssten zur Zeit, derzeit jetzt mit dem Handy aufnehmen. Wir nehmen schon die ganze Zeit mit dem Handy auf. Ja. Ja. Ja, mit der... mit der Handykamera. 3... Weil ich sag immer Kamera. Aber eigentlich... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 14... Ja, ich muss ja genau abschätzen. Jeden Schritt mit Handarbeit. Da, ich geh auf 13 oder was. So, ich muss jetzt ja... Ich muss erst einmal eine schöne Stelle für unser Haus... Und ich brauch jetzt erst einmal... Ja, farm du mal jedes Holz. Okay. Also jedes Holz. Ja, okay. Und ich glaub ich mach mal fast die Steinstufen. Also nicht jedes Holz, sondern ich mein beides, weißt schon. Ja. Ich mag Fichtenholz nicht. Ja, Fichtenholz mach ich auch nicht, das ist viel zu dunkel irgendwie. Ja. Tropenholz... Boah, ich auch nicht, das schaut irgendwie dumm aus. Schaut so voll aus wie... wie so... Ich weiß auch nicht total... Lass es Holz. Ja, den Alpha-Baum lass ich jetzt mal. Oh, ich hasse Alpha-Bäume. Ja, weil er die so schlecht abbauen kann. Ja. Hey, da ist er. Was ist denn? Was ist denn? Außer Hunden neben mir. Ja, weil du uns getötet hast. Kannst du einen neuen holen, wir haben ja genug. Hä? Nee, er holt keinen neuen. Doch, die beschützen uns. Ja, wenn du mich wieder schlägst, dann hast du die Arschkante gezogen. Dann töte ich ihn halt einfach wieder. Hä? Dann töte ich ihn halt einfach wieder. Stell dir vor, der Hund killt mich fast, weißt schon... Der Hund war ja auch ein bisschen ungeschlagen schon, weil den hat der Skelett auch schon ein bisschen verletzt. Oh, Mama. Und einer hat noch in die Kommentare geschrieben. Ähm... So... So... S-o-o-p. Verstehst? Ja, weil ich immer so so sage, ne? Ja. Das heißt, so, nicht so. So... Ich weiß nicht, was du verstehst, aber es heißt so. Vielleicht habe ich einfach nur einen P da hinter gemacht. Weil... So... Bayern. Ja, Bayern halt. Ja, das ist ja nicht. Du bist ein Preis. Na, ich habe nichts gegen Preußen, aber... Aber das heißt... Sind nicht unsere besten Freunde. Das soll eigentlich so heißen. Ah, ich will jetzt das Loch da draußen stopfen. Der hat zehn Abonnenten, aber ist eigentlich... Wer? Ja, der eine da, der mir das geschrieben hat. Wer? Der ist doch... Der ist doch... Zehn Abonnenten... Naja... Jeder fängt klein an. Ja, das ist... Soll ich jetzt was sagen, oder? Na, ich habe einen... Hä? Ich beschuldige jetzt nicht dich. Nein, nicht das, sondern... Äh... Ist doch scheißegal, wie viele Abonnenten der hat. Der Wahnsinn. Du... Wir haben doch selber nicht mehr als... Wir haben zwei... Wir haben 23, gell? Jetzt... Also... Das ist schon... Das kratzt mich am Arsch. Ja, super, Monchi. Ich habe so viel wie Piz mit, oder was? Sigi. Ja, genau. Ja, aber trotzdem... Ich beurteile keinen nach seiner Abonnentenzahl. Nein. Und was machst du da? Hast du den Geheimgaben? All den. Keine Ahnung, was... Äh... Ich hab's jetzt heute einfach mal so... Wo setze ich jetzt mal eine Tür hin? Hast du ein bisschen Holz? Oder eventuell vielleicht... In der... In der... Trüe sind, glaub ich, noch ein paar Holz. Äh... Nope. Irgendwie eine... Nope. Da oben? Nope. Schau mal bei dir in der Trüe rein, im... Enchanting House. Oh ja, wir haben übrigens noch ein Chart Detail. Das hab ich schon gesagt. Echt? Ernstlich, ja? Ganz am Anfang. Ja, ich hab... Weil wir haben einen auf Offscreen weitergezogen. Vier... Drei... Zwei... Eins... Null... Alter... Und Trinkpause! Hey, wo ist meins eigentlich? Du bist am Schaß gesucht. Nein! Hm? Ja... Welches ist jetzt mein Sutan? Äh... Ich hab was vor Lager. Okay. Ja, ruf ich mal. Ja! Ich geh nur auf Nummer sicher. Ich geh nur auf meine Löcher wieder. Hä? Ich geh nur auf meine Löcher wieder. Hä? Ich kipp ja schon bei Späts. Genau. Ja, das tust du. Ja, das sieht man ja gerade hier. Ey, scheiß damit bloß... Ich hab nirgends Holz. Warte, ich komm gleich zu dir. Ja, das ist dann ein Geheimwärm oder dort wo Dreck ist ne Tür. Ja. Ich mach die ganze Sache jetzt hier mal ein bisschen. Wir könnten... Ja, wir kriegen schon ein paar Stecksholz zusammen. Birkenholz. Äh... Beides schon. Ritter halt. Na, Birkenholz hab ich jetzt noch nicht so viel. Ja, bei Birkenholz muss ich die Setzlinge wieder mitnehmen, weil davon gibt's nicht so viele. Ja, bei Birkenholz muss ich die Setzlinge wieder mitnehmen, weil davon gibt's nicht so viele. Ja, bei Birkenholz muss ich die Setzlinge wieder mitnehmen, weil davon gibt's nicht so viele. Was denn? Ich brauch trotzdem noch Holz. Ich komm mal kurz zu dir. Hey, ich hab übrigens noch ne Axt für dich. Ja. Ich glaub ich mach mir dann ne Diamante Axt. Nee. Nee. Ah nee, das ist viel. Nicht so. Das ist verschwendbar. Aber wo machen wir unser Haus hin hier, oder? Ja, keine Ahnung. Weil hier ist ne schöne Freistechnung. Schreiben wir ganz kurz. Wo bist du? Da hinten? Ja. Und auf jeden Fall bei den... Die Richtung. Ja. Und auf jeden Fall bei den Dörfern müssen wir das Haus haben. Weil das ist unser bester Weißlieferant. Ich seh ich irgendwie nicht. Warte. Bleib da einfach stehen. Du bist in deinem Berg wahrscheinlich. Nein. Ah da. Ich seh deinen Namen. Klar. Ich seh deinen auch. Was das? Also komm mal kurz her. Ich geb dir kurz noch was. Gib mir du bisschen Holz mit. Ja. Ich geh mal kurz zurück. Ja. Das sind schon... Nein. Das ganze. Den ganzen Stack. Den... Hey. Hey. Du hast dich auf dein ganzes Stack gegeben auszusehen. Und? Ist doch scheißegal. Ja. Okay. Da muss ich halt noch ein bisschen fahren. Ist ja nicht so schlimm. Holz. Holz kann man nicht mehr gebrauchen. Holz braucht man für alles. Fürs Haus bauen. Ja. Wäre gut. Zeuge und so weiter. So. Von nichts kommen die Spitzacken. Alter. Das hast du mir eine Steinspitzacke jetzt oder was gegeben. Die ist ja auch schon wieder halb kaputt. Ja. Ich hab dir aber noch eine zweite gegeben wo fast das ganze ist. Und dann hab ich dir einfach noch eine Holzachse hingeschmissen weil die noch in der Truhe war. Jaja. Alles immer. Das ist das ganze gebrauchte Sekretärzeug. Ja und das Zeug muss auch weg. Das gibt dir. Das verbraucht bloß Platz in unserer Truhe. Wir haben jetzt mal da noch eine zweite. Was bin ich denn? Jetzt ist die auch schon wieder kaputt. Ja und jetzt bin mit zwei dann einfach die nächste. Äh was wolle ich jetzt eigentlich machen? Ah ja genau. Erstmal ein paar Holzbretter. Äh dann wolle ich. Ein paar Stickies noch. Und dann bau ich jetzt mal. Schildnutz. Böken Wald. Du hast keine Kunst. Also. Wir sind zwei Noobs, die Minecraft spielen. Oder zwei Vollhonks. Zwei Horst. Weißt du schon, was Merkel vor kurzem mal gesagt hat? Was? Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, genau. Ist klar. Gibt es ja schon seit ungefähr 15 Jahren, aber ist ja ein krasses Neuland.